Büssi Zappdien geht los, sind ihr motiviert? Es war wirklich schlimm. Es war wirklich Trauer. Ich sage nicht viel, ich sage... Let's go! Und zwar mit dem Fernseh-Comeback des Jahres. Letzten Samstag war es endlich so weit. Hermann Schönbechler ist zurück am Fernsehen. Halt sie mit dem anderen Hang mal. So, komm, gut halten. Gott sei Dank hielt sich Richi diesmal richtig fest. Ich meine, der Dude ist, und das meine ich wirklich mit grösstmöglicher Liebe, nicht ganz dicht. Das meint Hermann vermutlich mit der ultimativen Lebensgruppe. Ja, also mein Herz schon hat Pöpperlet. Das Herzchen Pöpperlet immer noch. Wenn ihr wieder mal nicht ganz heim gearbeitet und draussen ihr Geschäft verrichten müsst, kommt hier ein schöner Tipp von Hermann. Ein Mückenmittel. Und wie und wo wendet ihr denn so ein Mittel an? Das ist eben mein Ding, ich nehme nicht Spray mit. Was ist denn das? Das ist auch Mückenmittel. Aber das kannst du einreiben. Und vor allem, das ist sehr geäbig, wenn du dein Geschäft erledigen musst. Weil, dann geht das folgendermassen. Hosen runter. Oberschenkeln. Unterhosen runter. Fütteln packen. Säuger ledigen. Und ganz schnell wieder. Und mit dem Spray geht das halb so schlecht. Ja und währenddessen sich Hermann Schönbechler hier mit der Mucke rumgeschlagen hat, habe ich ja gleichzeitig letzten Samstag auf SRF 2 Swiss Music Awards moderiert. Und ich kann euch eines sagen, die Musiker waren richtig hungrig auf diese Preise. Wortwörtlich. Wir haben es gehört. Wir kommen zu der Kategorie Best Group. Und ja, was soll ich sagen, Musik machen ist... Das hier ist... Also das ist... Birnweich. Spass haben mit meinen besten Kollegen. Das sind die Jungs, die ihn hier hinter mir sehen. Ja, Birnweich. Und ich glaube, die Bands, die arbeiten für den nächsten Preis, die sehen das endlich. Hier sind die Nominierten. Birnweich. Wird es ohne Schweizer Musik gehen? Es geht ja immer alles ohne irgendetwas. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. So viel Talent sieht, was da nur schon in den ersten Reihen rumläuft. Verstehe ich, dass der Göhle daheim bleibt? Ich bin nicht so streng mit mir, Gott verdammt. Ja, easy Göhle. Ist nur Comedy und natürlich auch viel Neid. Ich bekämpfe ja nicht einmal 1% der Billete vom Göhle. Wer übrigens wirklich talentfreie Menschen will sehen, der schaut ProSieben. Germany's Next Topmodel. Ich vermisse dich so. Und warum meinst du jetzt? Weil ich mich so freue, dass ich mit ihr besprechen darf. Ach so, wer ist das jetzt eigentlich? Das ist mein Verlubter. Ich vermisse dich so. Sagt euch alles, was ihr euch zu sagen habt. Ich liebe dich über alles und ich wäre ein Kind von dir. Irgendwann. Hoffentlich danach. Und so einfach kommt man auf Heidis Abschussliste. Hier habe ich ein paar Fotos. Dann noch meine Kommunionskerze. Normal ist ja da nicht, oder? Lieblingskandidatin in dieser Staffel ist Anastasia. Nur Matratzen und Schlafsack. Ja, also das war fast unaushaltlich. Unaushaltlich. Sie ist noch dummer als ich. Ja, aber grinst nicht dafür. Okay. Ich kann nicht. Ich habe zu viele gute Ausstrahlung. Der Arme ist schon fast 80. Er spricht. Man kann nicht ganz gut verstehen, was er sagt. Ja, das ist wahr. Du bist nämlich kein wirklicher Blondinentyp. Und ich wollte die Naturfarbe auf jeden Fall bevorzugen. Also was finde ich nicht so. Ich hoffe schon, der Blonde ist meine Haarfarbe. Auch zu meinem Charakter passt es besser. Weil ich so leichte Person bin. Ich denke nicht viel nach. Und die Blonde Haarfarbe passt besser. Ich hatte meinen Geburtstag an diesem Tag, als wir geschüttet haben. Ich war sehr enttäuscht. Weil wir mussten halt arbeiten. Intelligenz ist eher Nachteil und nicht Vorteil von einer Frau. Und dann... Ja, dann ging es ums Weiterkommen. Tut mir leid, ich habe heute leider kein Foto für dich. Nooo! Danke dir. Danke. Studium ist das Allerwichtigste. Nooo! Mach's gut, ciao. Tschüss. Tschüss wie Dania. Nooo! Ich fühle mich schon ungerecht behandelt. Ja. Aber zum Glück gibt es für oft Blondinnen wie du immer irgendwo Job. Hello, Mr. Rich. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendjemand hat die Bellas wieder an den Fernsehbildschirmladen. Und dort zeigen sie sich von ihrer richtig sympathischen Seite. Was habt ihr uns da für eine verdammte Scheisse? Haben sie irgendetwas verwechselt? Zweieinhalb vielleicht? Rucksack-Touristen? Aber doch nicht die Bellas. Mein Koffer ist verschwunden. Und den BH hat sie auch vergessen. Ich sehe aus wie Transvestita oder Drugsqueen oder sowas. Drugsqueen. Das ist echt ekelhaft. Schmutzig weiter geht nicht. Also da geht man nicht rein? Wenn man reingeht, kriegt man tausende Pilze oder sowas. Überall hat es Pinzli dran, Pinzli dran, Pinzli dran. Überall hat es Pinzli dran. Ich hasse da, ich hasse da. Dann kannst du mal sehen, was gleich noch passiert. Das ist einfach eine Scheisse. Wir stehen da im Dschungel drin mit so viel Kacke. Unvorstellbare Kacke. Kacke! Gut, wenn Walter Peller tatsächlich Eier hätte, dann hätte es ja so gemacht wie Diego Simeone. Atletico-Trainer Diego Simeone hatte beim Kracher gegen Juve alle Hände voll zu tun. Ich möchte den Manager sprechen. Den Manager? Ja. Ich zeig ihn den Manager. Hier ist der Manager. Das ist der Manager. So, das ist glaube ich ein guter Moment zum Aufhören für diese Woche. Hier verabschieden wir uns von Magdalena Martullo, die in diesem Moment tatsächlich zu entspannen scheint. Ja, dreamer. You dream, du. Ja. 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 Ja.